Yo Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dir hab ich so langsam schon eine kleine Standardbegrüßung raus. Finde ich nice. Leute, wir haben in der letzten Zeit so viel zusammen erlebt. Wir haben so viel erreicht seit Februar, seitdem wir in dieser geilen Wohnung hier sind. Da ist wirklich dieses ganze YouTube-Ding irgendwie explodiert und ich wusste erst gar nicht, was passiert überhaupt mit mir. Und jetzt so langsam bin ich richtig drin und ich freue mich einfach die ganze Zeit auf dieses Feedback. Und ich hab mir jetzt mal gedacht, als kleines Dankeschön an euch, mache ich euch ein richtig schönes kleines Best-of von meinen besten Pranks. Ich wünsche euch viel Spaß. Chang ist in Singapur, Pranky nochmal. No problem. Das bedeutet Krieg. Jetzt bekommt Chang richtig was auf die Fresse. Let's go. Ich bin jetzt schon so stolz auf mich. Das hält. Ich war mir so hart auf die Blick. Das schaffe ich niemals. Gib mal kurz dein Handy. Hast du den nochmal aufgewacht? Nee, ich schäle in raren Händen so. Das Bett ist jetzt so gut wie eingekleidet. Ich hoffe mal wirklich, dann kommt echt gleich wieder, weil ich hab keinen Bock für zwei Stunden. Ich stelle die einfach mal hin. Ach, das ist süß. Spaß. Es geht los. Mal schauen, wie er reagiert. Oh mein Gott. Mal schauen, wie er ist. Das ist ein bisschen besser für den Kacke. Was ist das? Alter, was hast du gemacht? Ich glaube, das ist wirklich gut. Geht so doll, man könnte locker... Ah! Nein! Was guckt ihr euch an? Wollt ihr mich verrascht? Oh, das war's, Leute, mit diesem Video. Jedes Mal, wenn ich mir die Pranks nochmal angucke, muss ich mich echt tatsächlich auch selber kaputt lachen, weil es ist einfach so mega witzig. Und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, in Zukunft wird der ein oder andere Prank noch folgen. Wenn ihr den natürlich nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Das ist einfach bisher so eine witzige Zeit gewesen. Und dafür bin ich echt dankbar. Auch einfach an euch, weil ohne euch würde das gar nicht zustande kommen. Und wenn man sich mal die Zahlen da alle anguckt, die habt ihr richtig gespuckt hier. Die Videos sind echt alle explodiert. Dafür nochmal vielen Dank an euch, an euren Support, dass ihr mit dabei seid. Das ist echt von Herzen dieses Dankeschön. Also echt vielen Dank. Dann natürlich auch nochmal einen ganz großen Dank an den lieben Cheng, der es tatsächlich immer noch aushält, mit mir hier in einer Wohnung zu leben. Vielen Dank an dich, Brother, dass du mich immer noch in jeder Lebenslage unterstützt. Und alles deswegen. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, mit dir zusammenzuziehen. Es ist einfach nur mega geil. Und ich zähle es auf jeden Fall zu einem meiner besten Lebensabschnitte. Bis jetzt also. Danke dir. Dann würde ich mal sagen, Leute, euch noch einen entspannten Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao. 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 Mit ups am Space. Du bist awesome. Gott ist einfach. 但... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020